Finanzmarktwelt.de, Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. JP Morgan sieht den Ölpreis im Worst-Case-Szenario bei 380 US-Dollar. Die Analysten von JP Morgan warnen vor den Auswirkungen weiterer Sanktionen und Maßnahmen gegenüber Russland, denn eine mögliche Verringerung der russischen Erdölförderung hätte dramatische Auswirkungen für den Rest der Welt. Der Ölpreis könnte in der Spitze bis auf 380 US-Dollar pro Barrel steigen. Während die G7-Nationen nach komplizierten Möglichkeiten suchen, den Preis für russisches Crude Oil nach oben zu limitieren und so den finanziellen Druck auf Wladimir Putin zu erhöhen, kann man sich in Moskau getrost zurücklehnen und abwarten, welches Eigentor die G7-Mitglieder gerade wieder vorbereiten. Bedenkt man die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen, insbesondere bei Energie, schaden die beschlossenen Sanktionen offenkundig mehr den westlichen Volkswirtschaften als der russischen. Eine Studie von JP Morgan lädt schonungslos offen, welches Risiko hier von den G7-Nationen eingegangen wird. JP Morgan sieht Ölpreis bei bis zu 380 US-Dollar pro Barrel. Die Analysten von JP Morgan rechnen vor, dass Russland finanziell so gut dasteht, dass selbst eine Produktionskürzung um 5 Millionen Barrel Öl pro Tag keine oder nur ganz geringe Schäden bei der eigenen russischen Industrie anrichtet. Für den Rest dieser Welt, die auf Ölimporte angewiesen sind, käme dies aber einem ökonomischen Desaster gleich. Im Falle einer täglichen Produktionskürzung um 3 Millionen Barrel sehen die Analysten den Ölpreis bei 190 US-Dollar, bei einer täglichen Kürzung um 5 Millionen Barrel, worst-case-Szenario, sehen sie den Ölpreis sogar bei 380 US-Dollar. Schließlich kann Russland selbst entscheiden, ob es weitere Sanktionen oder Regulationen akzeptiert oder einfach den täglichen Ausstoß verringert, um selbst den Druck auf den Westen zu erhöhen. Bei der jetzigen Diskussion wird immer wieder erwähnt, dass Russland den Krieg angefangen hat. Das ist unumstritten. Aber der sich nun entwickelnde Wirtschaftskrieg mit den harten Sanktionen, die in diesem Umfang noch nie gegen ein Land beschlossen wurden, ist eine Entscheidung der westlichen Politik. Und wie immer deutlicher wird, wirken die Sanktionen wie ein Boomerang. Im Gegensatz zu Behauptungen westlicher Politiker haben die Sanktionen bisher keinen echten Druck auf die russische Führung unter Wladimir Putin ausgeübt. Ein Gasstopp würde die deutsche Wirtschaft schon über 193 Milliarden Euro kosten. Bedenkt man, welche Folgen ein Suddenstopp alleine bei russischem Gas hätte. Laut einer Analyse der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft belaufen sich die Schäden auf über 193 Milliarden Euro. So steht langsam die Frage im Raum, was noch alles geopfert und wie viel Risiko noch eingegangen werden soll. Schließlich steht die industrielle Zukunft des ganzen Landes ja ganz Europas auf dem Spiel. Deutsche Bundesbank kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie JP Morgan. Auch die Bundesbank kommt in ihrer Analyse vom 22. Mai dieses Jahres zu dem Ergebnis, dass, Zitat, kurzfristig das reale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Fall bis zu 5% niedriger ausfallen könnte, als in der Märzprognose der Europäischen Zentralbank angelegt. Im Vergleich zum Vorjahr würde das reale BIP um knapp 2% zurückgehen. Zitat Ende. Die Bundesbank war in ihrem Szenario davon ausgegangen, dass der Handel mit Russland einschließlich der Energieimporte bis auf weiteres eingestellt wird und es dann neben Preiseffekten auch zu einer Rationierung des Energieeinsatzes kommen könnte. In ihrer Analyse schreiben die Autoren weiter, Aufgrund der großen Bedeutung Russlands für zahlreiche Rohstoffmärkte und der bereits vor Kriegsbeginn teils angespannten Versorgungslage auf diesen Märkten bestehen jedoch erhebliche Aufwärtsrisiken für die Rohstoffnotierungen. Diese könnten ihre jüngsten Höchststände noch überschreiten, sollte es zu stärkeren Einschränkungen russischer Rohstoffexporte, beispielsweise durch neue Sanktionen oder einen russischen Lieferstopp, kommen. Die Bundesbank geht in ihrer Analyse von einem Preisanstieg bei der Sorte Brandöl auf 170 US-Dollar pro Barrel aus und kommt damit dem Ergebnis der JP Morgan-Analyse recht nahe. DGB-Chefin spricht von Sprengstoff für den sozialen Zusammenhalt. Auch Yasmin Fahimi, Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, mahnt in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der BILD am Sonntag, Wir haben eine echte Notlage. Wegen der Gasengpässe drohen ganze Industriezweige dauerhaft wegzubrechen, wie Aluminium, Glas oder die chemische Industrie. Ein solcher Kollaps hätte massive Folgen für die komplette Wirtschaft und die Arbeitsplätze in Deutschland. Sie geht sogar so weit und sieht die Krise als Sprengstoff für den sozialen Zusammenhalt. Russland sitzt am längeren Hebel. Die notorische Knappheit von Rohstoffen, ihre geostrategische Verteilung und der weltweite unstillbare Hunger nach Öl, Gas und Kohle sind hier eigentlichen marktbeherrschenden Kräfte, denen sich auf Dauer kein Politiker entziehen können wird. Ein Gasstopp in Kombination mit einer verringerten Eidölproduktion wäre für die Eurozone ein kaum zu verkraftender wirtschaftlicher K.O.-Schlag. Auch wenn es den meisten Politikern schwerfällt, das zu akzeptieren, aber Russland sitzt am längeren Hebel.